Musik 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 Ja Ich führ mir jetzt das nächste Vorrundenspiel des WB Uda Cup zwischen Moorburg und Altenwerder Es ist ein Turnier für Ligamannschaften und Altenwerder spielt zur Zeit Bezirksliga Süd ist Tabellenführer und die Moorburger spielen in der Kreislasse B2 stehen da auf Platz 7 liegen also zwei, drei Staffeln zwischen Altenwerder und Moorburg Erster Schuss der Moorburger auf das Tor von Altenwerder von auf Taft und auf 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 Vielen Dank. Der Klingel schon sind alle anderthalb Minuten gespielt und Algen Werder führt mit 1 zu 0. Der Klingel schon sind alle 1 zu 0. Der Klingel schon ist alle 2 zu 0. Der Klingel schon ist alle 1 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 zu 0. Mori hat durchgewechselt. Das war's für heute. So, die halbe Spielzeit ist on. Und hier steht 3 zu 0 für FTSV Heidenberg. Und hier steht 3 zu 0 für FTSV Heidenberg. Das 4 zu 0 für Heidenberg, jetzt 2 Tore innerhalb einer Minute, das sieht nicht gut aus. Es ist aber erwartet worden, dass das Moburger Team verliert. Und hier steht 3 zu 0 für FTSV Heidenberg. Und hier steht 3 zu 0 für FTSV Heidenberg. Alles Gute, Freunde. Alles Gute, Freunde. Vielen Dank. Glück gehabt. Robo tauscht wieder durch. Es sind noch zweieinhalb Minuten zu spielen. So, es sind noch zwei Minuten nach jetzt. Es sind noch zwei Minuten. So, es sind noch zwei Minuten. So, es sind noch zwei Minuten. So, jetzt sind noch 45 Sekunden drauf, bevor das Spiel abgepfiffen wird. So, jetzt kommen wir. Ja, das Spiel ist der Ende. Moburg verliert mit 4 zu 0 gegen FTSV Altenwerder. So, jetzt kommen wir. 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 So, jetzt kommen wir.